Herzlich Willkommen bei Plasser und Teurer aktuell TV. Heute melden wir uns aus einem unserer Schweißwerke in Linz. Wir bauen hier im Haus alle Arten von Rahmen. Kleinteile genauso wie Drehgestellrahmen oder riesige Maschinenrahmen. Ob groß oder klein, eines ist sicher. Die Qualität jeder einzelnen Schweißnaht ist von entscheidender Bedeutung. Schließlich hängen Wirtschaftlichkeit und Sicherheit der Maschinen ganz entscheidend von der Qualität der Schweißnähte ab. Daher legen wir hier höchste Maßstäbe an. Und weil Schweißen viel Erfahrung benötigt, investieren wir in unser hochqualifiziertes Schweißpersonal. Alle unsere Schweißer unterziehen sich im Zweijahresrhythmus einer Prüfung, um die Kontinuität ihrer Qualifikation sicherzustellen. Der Output unserer Schweißwerke ist enorm. Dementsprechend hoch ist der Aufwand für die Qualitätssicherung. Unsere interne Schweißnorm und unser eigenes Schweißhandbuch sorgen für klare und nachvollziehbare Vorgaben. Noch strenger, als es die europäische Schweißnorm für Schienenfahrzeuge vorgibt.